um schon bei diesem gesetzten den gern schocken und sich etwas schickes kaufen mck auch günstig Kannst mir nicht leisten, aber wahrscheinlich irgendwann, aber Munition werde ich auf jeden Fall verkaufen. Alter, du bist das teuer. Nur ein bisschen Sturmgewehr, Munition. So. Ähm, jetzt können wir mal wieder rausgehen. Hinweise zur Herstellung, neues Tutorial. Was erzählt ihr mir denn da? Wenn du an der Story-Programm verschaltest, neue Anleitung, stelle Spritzen und bla bla bla. Ja, okay. Man muss hier eigentlich zum Pfeil, zum Weitergehen. Oder ist das Schnellreise? Naja. So, wo geht's denn hier weiter? Ah, da ganz da oben, oh Gott. Aber da kann ich dann schnell reisen, okay. Das rote Gebiet habe ich, glaube ich, dann auch noch nicht erforscht, oder? Ich weiß, das letzte Mal bin ich da rüber. Ich habe keinen Schimmer. Ich gehe jetzt erstmal zu den Autos runter und schnappe mir die Ziegel. Dann machen wir mal ein bisschen Open-World, ähm, Gleiter. Oh Gott, ich will wissen, wo der Gleiter ist. Machen wir mal so ein bisschen... Oh yeah, das wird nice. Bisschen Open-World-Entdecker-Feeling. Ja, Schnellreise. Ja, habe ich doch richtig erkannt. Das erklärt er mir sogar grad. Mal gucken, ob wir da hingleiten können. Oh, 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 oh. Oh, wow, 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 wow. Huuuiiii. So, wo mussten wir hin? WASD steuern, umsehen, E halten, um loszulassen. Mit Vorsicht benutzen. Oh ja. Wir fliegen gerade Richtung... Müssen wir nicht lang. Gut. Wir müssen eigentlich eher nach hier oben. Nach ganz da oben, um genau zu sein. Aber vielleicht machen wir uns vorher erstmal auf zu dem Funkdorm hier. Oh, oh, steig gefälligst hoch. Der Gleiter ist ja schon cool. Oh, ich glaub den Rahmen wir gleich. Wie geht man runter? So bremst man auf jeden Fall schon mal. Lol, die schießen da. Wollen wir da mitten reinfliehen? Ja, ja. Aua. Haha, fuck. Einmal heilen. Vielleicht. Okay. Sind die jetzt hier alle schon tot, oder was? Ich dachte, irgendjemand will hier Hilfe. Haben die hier einfach alleine abgeknallt. Was soll denn das? Das ist eine Arzttasche. Kann ich die jetzt aufheben? Oh, ich kann hier mit heizen. Übergabe. Bring dieses Fahrzeug samt der geladene medizinischen Ausritt zum Markierungsfackel, bevor die Zeit abläuft. Okay. Also das ist so eine Zwischenquest. Wurde, das wusste ich nicht. Egal. Probieren wir das mal aus. 40 Sekunden Zeit, um den hinten hin zu heizen. Ich hoffe, die Zeit hält an. Ich hoffe, ich sehe jetzt, wo ich bin und wo ich hinfallen muss. Eigentlich nur geradeaus durch. Achso, so Checkpoint-Rennen-mäßig ist das. Alles klar. Bam, Junge! Oh Gott, wir müssen nach da. Scheiße, scheiße, ich bin hier fest. Oh Gott, das wird klappt. Aua. Aber die Zeit verlängert sich. Nein, tut sie nicht. Verdammt. Nein. Alter, der will die Sekunde produzieren. Kann ich das nochmal probieren? Ja, darf ich nochmal probieren? Okay. Jetzt weiß ich auch, wo ich lang muss. Und heizt vielleicht nicht gegen die Bananenpalme, ey. Verdammt. Er lädt, er lädt, er lädt das Gerät. Wann mal hin. Oh, geht schon los. So, rechts. Noch mehr rechts. Oh, 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 oh. Oh. Geh doch. Durchs Wasser heizen. So, jetzt aber easy. Würde ich mal sagen. Easy. 200 Dollar. Oh, da würde er, äh, ich dachte schon, er würde ich bedrängen. So, jetzt kann man hier mal gucken, ob hier lustige Sachen zu finden sind. Kisten fündeln und so. MP-Munition. Schon immer finde ich MP-Munition. Ich will AK-Munition. So. Kommen ich denn jetzt am besten rüber zum Turm. Ah. Schon so ein bisschen unlogisch, den ganzen Fahrzeugen hier. Praktisch, aber unlogisch. Halt. Das sind angeblich Sachen. Äh. Faustwürfen-Munition. Scharfschütze-Munition. Na, fahren wir nur ne Runde. Aber haben wir die grünen Türme nicht schon? Ist das nicht den, den ich das letzte Mal schon geholte? Ja, das ist der. Okay, dann haben wir den ja schon. Denn... Gibt's hier noch irgendwo was? Einen Wegpunkt. Achso, das ist der Wegpunkt, den ich gesetzt hab. Ah, ich glaub, das rote Gebiet ist das, was die ihre Bär... Also die anderen noch, ähm... Hier, ähm... Sehr schnell, ich komm nicht drauf. Die haben das übernommen, sagen wir's mal so. Heizen wir da mal hin. Und pressen da volles Rohr rein. Hoch. Wow! Okay. 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 Scheiße. Fuck. Da bin ich irgendwie abgefackelt. Was? Ah, ich komm auch sogar bei meinem... Punkt drauf. Naja. Nicht so viel Laufweg. Alles klar. So. Ich glaub, ich packe jetzt das grüne Zeug mal ein. Da versuch ich mir Spritzen vorher noch. Eherzustellen. Oh, da kommt der irgendwie. Lass mich nicht sterben. Leichen plündern. Wow, 6 Dollar. 9 Dollar. Ja, richtig reiche Leute hier. Hallo? Na, genau. So, und jetzt... Zackig... Richtung... Ach, komm, dann nimm das Auto. Ähm, Richtung den nächsten Vorposten. Ich will hier das Gebiet weiter erobern. Und dann Richtung weiter... Quest. Wow. Wow. Fahr. Hier ist schon sowieso so viele Pflanzen. Lohnt sich das überhaupt, das alles aufzusammeln? Ja, aber ich kann Schimmer. Mach hier, stimmt. Ich wollte gerade mal kurz gucken, ob ich mir Spritzen herstellen kann. Hau mal, schau. Ich kann mit Escape einen größeren Beutelrucksack schlafen. Plünder nicht möglich, Beutelrucksack voll, alles klar. Okay, man kann also nicht unendlich sammeln. Ähm, Medizin. Im Besitz 7 benötigt 1. Herstellen. Ah, okay. Haben wir hergestellt. War jetzt nicht so schwer. Verbessert die Kampftauglichkeit. Okay. Ähm. Schweine. Ja, das ist doch jedes Mal ekelt. Finde ich echt lustig. Kann man uns da schon mal größeren Beutelrucksack herstellen? Herstellen. Rucksack. Beuterrucksäcke. Was wird denn dafür benötigt? Tapierfelle? Was sind denn Tapiere? Kein Schimmer. So. Da sind die Docks. Ah, ich wollte es ja mal auf die brutale Weise versuchen. Das ist wirklich dumm, ey. Oha. Oha. Mann. Läuft zickzack. Boah, war das schwer. Herausforderung geschafft, ey. Irgendwie lächerlich. Außen Post befreit. Kein Alarm uns gelöst. Krass, krass. Krieg ich hier auch Munition rein? 2 von 34. Wollen wir da was zu tun? Ich bin bewaffnet. Das darf ich schon. Neue Rennliga. Okay. Neue Rennen fahren, die jetzt nicht fahren. Neue Schießstandherausforderungen. Diese Regeln freigeschalten. Oder was ist hier alles freigeschalten worden? Okay. Der Außenposten gehört uns, aber es gibt noch mehr Arbeit. Sieh auf der Aushangtafel nach. Mal jetzt hiervon was machen, oder soll ich mal was machen? Ein bisschen Nebenküsten machen. Piraten greifen Fischer und küsst, töte ihren Anführer. Alles klar. Wo ist das? So, da unten. Geht doch. Suche nach Gesuch-Tot, ja. Wenn du den Take-Tomp-U-Kill einsetzt, er ist zu einem höheren XP-Bonus. Also wenn wir uns vom Wasser nähern, sehen die uns vielleicht erstmal gar nicht. Wollen wir mal schauen. Okay, mit Jot-Kamera-Zü-Kamera-Zücken fokussieren? Okay. Ah. Ah, hab ich mich jetzt schon gesehen? Was jetzt? Haben wir hier Fehler gemacht? Ist dann einfach weggemäht. Oder hätte ich ihn jetzt silent töten müssen? Boah, na ist schon vorbei. Verstehe ich nicht. Ne, irgendwas hab ich falsch gemacht. Suche nach Gesuch-Tot. Finde die ärgsten Feinde des Reiches und töte sie mit einem Messer. Okay, ich muss sie mit einem Messer töten. Alles klar. Wollen wir mal schauen, ob wir das jetzt hinkriegen. Ja, was er den Gegner markieren, weiß ich schon. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020